Hallo, ich bin Birgit Locher, ich bin Schweinehalterin vom Bodensee. Wir versorgen unser Land mit Verantwortung. Das heißt, dass wir Regionalität auf ganzer Linie betreiben. Zum einen die Futtererzeugung direkt bei uns auf dem Hof, also der Großteil der Futtermittel wird direkt von uns produziert. Unser Mäster, der unsere Ferkel bekommt, ist in der Region, aber auch der ganze Absatz. Die Fleischprodukte werden in der Region in Baden-Württemberg verkauft. Natürlich ist das Schweinehaltung. Tradition hat hier in Baden-Württemberg, dass wir verantwortungsvoll mit den Tieren umgehen. Solange sie hier auf unserem Hof leben, sollen sie es gut haben und dafür arbeiten wir jeden Tag. Wir haben hier das Qualitätszeichen Baden-Württemberg als Siegel auf dem Hof, Qualität und Regionalität miteinander verbunden. Lebensmittel jeden Tag zu produzieren, also das, was jeder Mensch mindestens dreimal täglich braucht, ist ein sehr gutes Gefühl. Das heißt nämlich, dass man bei jedem Verbraucher dreimal am Tag präsent ist, nämlich auf dem Teller. Gutes von daheim, also natürlich von daheim, heißt, dass man ganz genau weiß, wo die Produkte herkommen. Man weiß in unserem Fall auch, wie die Tiere gehalten werden. Man kann auch mal vorbeischauen beim Landwirt direkt ums Eck und ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen für die Verlässlichkeit, für Sicherheit und auch für ein gutes Gewissen mit dem verantwortungsvollen Genuss. Wir arbeiten jeden Tag hier auf dem Hof, damit unsere Tiere gut haben und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche, seine Tiere zu versorgen. Aber das macht man gern, wenn man sieht, dass die Tiere gut haben und das gutes Produkt am Ende rauskommt. Und das macht man gern, wenn man sieht, dass die Tiere gut haben und die Tiere gut haben. Und das macht man gern, wenn man sieht, dass die Tiere gut haben und die Tiere gut haben. Und das macht man möchte, dass die Tiere gut haben.